Etwa 1000 Personen haben sich hier im Rahmen der Anti-Begida-Demonstration zusammengefunden und ziehen gerade vom Museumsquartier Richtung Ring- und Stephansplatz. Die Parolen, die man hört, sind dieselben wie auch bei den Demonstrationen rund um den Akademikerball vom vergangenen Freitag und man versucht hier ein Zeichen zu setzen, ein Zeichen gegen die in etwa einer Stunde stattfindende Pegida-Kundgebung, die nicht weit von hier bei der Erfreiung starten wird. Das Gebiet hier rund um das Museumsquartier und den Ring ist weiträumig abgesperrt und es ist auch beachtlich, wie viele Teilnehmer die Organisatoren hier mobilisieren konnten.